Jo, schönen guten Tag meine Freunde, es geht los im dritten Part von Animaniacs, ja, das Fantasy Studio haben wir unter uns, das andere auch, ähm, Aquatic Studio gibt es ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal rein, letztendlich scheinen ja alle irgendwie relativ schwierig zu sein, hoffentlich aber nicht mehr ganz so schwierig, oh, das war auch ein schwieriges, das war auch nicht einfach, Freunde, aber es sieht schön aus, also gut, machen wir's mal. Ah, ich muss den Dash-Knopf drücken, um dann weiterzukommen, okay, ja, mal sehen, ah, ich, irgendwie kann ich mich noch dran erinnern, dass das auch nicht so einfach war mit den ganzen Fässern hier, oh yeah, naja, ach, wegen dem Hai, genau, deswegen, ähm, ich würde sagen, wir nehmen das, fast, ich glaube, das ist einfacher, ja, mal sehen, aber sehr schön, wirklich designed, ja, oh, oh, der Hai, der kommt schon, ich merke schon, ja, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt das Fass nehmen, oder soll ich da auf die Muschel springen? Na, wir machen's mal so mit der Muschel, ich glaube, die wird sowieso verpflichtend werden. Oh yeah. Was war das denn? Es geht schon wieder los. Ja, und so ist es sicherer. Gut, dass der Checkpoint relativ nah gewesen ist, da haben wir Glück mit gehabt. So, oh. Ja, Continuous haben wir jetzt eigentlich relativ viele. Ja gut, mit dem, äh, Fass kann ich ihn natürlich hier auch wunderbar immer hin und her rennen. Ach man, was war das denn? Warum komme ich denn da jetzt? Ach, das ist so. Also ich habe, ich verstehe ja, was, ähm, die Entwickler hiermit bezwecken wollen. Die wollten ein, ein Spiel machen, das wirklich nicht einfach ist und was man ganz, ganz schnell durch hat. Ja, und das finde ich auch gut und man sieht auch, dass es, dass es geschafft hat, ja. Aber trotzdem, man kann auch wirklich übertreiben. Aber sowas von. Vor allem, ich bin jetzt hier wieder alleine, ich darf hier ja nicht sterben. Ja. Oh mein Gott. Hier muss man aber schnell sein. Ja, cool. Wow... ... ... ... Habe ich die jetzt gehabt oder? Warum ist der nicht richtig gesprungen? Ich verstehe das nicht, aber die Stelle ist so scheiße schwer wieder mal. Hier ist es mir natürlich wichtiger, dass ich einfach nur nicht vom Heil gefressen werde. Ach man, ich hätte springen müssen. Ja, es fängt wieder an, Freunde. Es fängt wieder an. Also viele beschweren sich immer über die Schwierigkeit, teilweise in Donkey Kong Spielen und in The Lost Levels, aber ich sage euch ganz ehrlich, das Spiel ist mindestens genauso schwierig. Auf eine andere Art und Weise. Teilweise ist es die Steuerung, wobei ich die eigentlich ganz gut finde. Teilweise das Level-Design. Ja, und dann auch das faire, unfaire Sterbesystem, von dem ich halt so häufig schon gesprochen habe. Oh Mann. Ach, Alter, was war denn los? Ah, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Oh, diese Passagen sind aber wirklich sehr, sehr fass. Ja, hier lieber vorsichtig springen, als dass man irgendwie was Blödes riskiert. Oh mein Gott. Ja gut, hier ist man mit dem Fass, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt. Einfach weiterrollen, da ist eh kaum andere Chancen, hier weiterzukommen. Ist das jetzt schon der Boss? 90. Oh, 80. Schnell a-drücken, 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 a-drücken. Ja, nicht müde werden, jetzt mit dem Finger, einfach weiter a-drücken, du kannst eh nichts anderes machen. Der Hei kommt schon wieder und frisst nicht. Nein! 20. 10. Och, gerade geschafft, Mann. Jetzt haben wir wenigstens den Abschnitt schon mal geschafft. Alter, Schilder. Aber es sieht wirklich super toll aus. Und man kann nicht sagen, dass dieses Spiel hier irgendwie, äh, sag ich mal, äh, ja, keine großartigen, äh, keine großartige Vielfalt besitzt. Nee, 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 hier gibt's schon ein, genug Vielfalt. Oh, und das ist der Boss? Okay. Oh yeah, das ist der Boss. Und wie besiege ich den? Ja, so mit Sicherheit nicht. So mit Sicherheit nicht, aber wie soll ich den denn besiegen? Ich hab doch nichts, um neue Feuer zu machen. Ah, jetzt, ich verstehe. Hier drauf ballern muss man. Aha. Ah, okay, ja, ich muss noch ein bisschen auf die Tentakel aufpassen. Boah, die Bosse sind wirklich alle schwer, ey. Also, die Level sind schwer, die Bosse sind schwer. Mann, 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 ey. Boah, das Timing muss ja wirklich mehr als überhaupt perfekt sein. Alter. Aber man muss die da noch zurück in die Mitte. Ach, das ist doch... Boah, ist das schwierig. Aber ist die down? Zwei, zwei Dritte? Äh, zwei Dritte, ja. Zwei Sprünge. Oh, scrolling. Auto-scrolling. Oh, oh. Piraten sind auch dabei, aber die sehen cool aus. Ja, jetzt hört ja auf mir hier noch das Lebensschmerz, Mann. Alter Falter. Oh, oh, aufpassen. Okay, zweiter Bosskampf. Okay, jetzt brauche ich schon drei. Ja, jetzt brauche ich schon drei Treffer. Beim nächsten Mal dann wahrscheinlich vier. Oder haben wir es geschafft? Nee, noch nicht. Oder? Ach so, ich muss hier noch weiter. Ach du Scheiße, ich muss hier noch auf dem Wasser von hin. Oh, oh, Mann, ist das schwer. Ho, ho. Alter Falter. Aber coole Stage. So vom Level-Design wie immer top. Ja. Oh, nee, jetzt du auch noch. Nein. Ach, nein. 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 Der hat noch gefehlt. Ich habe gar nicht mehr an den gedacht, dass es den auch noch gibt. Gott sei Dank. Ich habe gedacht, er könnte das auch, der Fenster. Boah. Und jetzt geht es wieder ins Autoscrolling-Bereich, Alter. Mein lieber Mann ist... Dieses Spiel ist so schwierig. Alter Falter. Kommt noch mal ein Kampf gegen die Krake. Hier auch am besten so ein bisschen gegendrücken, wenn man von denen getroffen wird. Und man soll runtergeschubst, wenn man ein bisschen dagegen drückt, dann fliegt man nicht so sehr weg. Ja, wahrscheinlich vier Treffer diesmal, ne? Ach, das gibt's nicht. Sag mir nicht, ich muss den gesamten Bereich jetzt neu machen, weil ich einmal getroffen wurde, Alter. Das ist nicht deren Ernst, Alter. Ich muss nicht den gesamten machen. Boah, ist das gemein, ey. Oh mein Gott. Wann kriege ich endlich die anderen Anime-Nex wieder? Ja, dass man sich hier wenigstens mal einen Treffer leisten kann, ohne dass man wieder komplett bei Null anfängt. Ja, da komme ich leider nicht rauf, weil ich eben nicht so gut, ähm, keinen zweiten Animaniac habe, um dann eine Räuberleiter zu bauen. So, drei Treffer jetzt, wa? Ja. Okay. 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 Ja, ich will nicht nur Continuous haben, ich möchte auch gerne mal wieder meine Anime-Nex wieder zurück. Ja, ich will nicht nur Continuous haben, ich möchte auch gerne mal wieder meine Anime-Nex wieder zurück. Alter, 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 alter. Und jetzt noch die Passage hier wieder. Ah, jetzt haben wir, jetzt haben wir es aber wieder wenigstens mal oben geschafft. Oh, oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh, wow. geschafft was ist jetzt geht es noch weiter wenigstens haben wir den bereich geschafft und jetzt kommt der richtige boss war ja jetzt kommt die mega karte ab in der mitte damit wir erst mal sagen haben oh ja ok warum bekomme ich manchmal das buch und manchmal nicht das verstehe ich auch nicht warum komme ich hier nicht weiter ach hier ist jetzt der exit sauber ja leute gut auch die stage haben wir geschafft dann würde ich mal sagen bis zum nächsten part